euer küsch frank hier am start hier ne ich habe gerade die treppen hochgebracht wollte ich auch ein bisschen film aber mein bruder hat keine zeit muss jetzt zur arbeit den kann man wenigstens bis 7 stellen der alte war nur bis fünf den alten alter den alten hatten wir verdammt noch mal seit 2004 alter ich kann so schlecht das ding habe ich jetzt eine linke muss noch angeschlossen werden na ja wenn die ganze küche weg ist kommt dann richtig und die ultimulti kühlschrank gehen schrauben hier drin weg gemacht werden jeden fall im kühlschrank kann man eins zwei drei bis sieben stellen also bisschen kälter der andere gegen noch bis fünf kühltruhe platz machen die meistens auf jeden fall das video ist doch eigentlich nicht geil durch den fein seckkämpfe wir müssen vor machen dann sage ich euch ein paar seckkämpfe wo skupiume ein paar secken erledigen ist doch eigentlich ganz geil und mir das so nicht gefeiert habe weiß ich jetzt auch nicht so richtig so ich machen wenn ich keine andere idee habe zu filmen